Wie geht es um ein Beispiel einer solchen dämonischen Einwirkung auf den Menschen, auf seine Imagination, aber auch um das große Thema natürlich des Teufelspaktes, um die Historia von Dr. Johann Fausten. 1587 erschien bei dem Frankfurter Drucker Johann Spies eines der folgenreichsten Werke der deutschen Literatur mit dem vollen Titel, den Sie hier sehen können, Historia von Dr. Johann Fausten, dem weit beschreiten Zauberer und Schwarzkünstler, wie er sich gegen den Teufel auf eine benannte Zeit verschrieben, was er hierzwischen für seltsame Abenteuer gesehen, selbst angerichtet und getrieben, bis er endlich seinen wohlverdienten Lohn empfange. Das Buch enthielt also die erste zusammenhängende Darstellung des schon damals legendären Teufelsbündners und Zauberers Dr. Johann Faust, der durch Goethes Faustdichtungen 1808, 1832 zu einer der bekanntesten Figuren der Weltliteratur werden sollte. Sie sehen hier diejenige Bearbeitung des Faustbuches, die Goethe selbst benutzt hat, das sogenannte Faustbuch des christlich Meinenden von 1726. Das Leben des historischen Johann, nach anderen Quellen auch Georg Faust, verliert sich in der Legende. Geburtsorte werden mehrere genannt, darunter und vor allem Knittlingen, wo es ja das Faustmuseum gibt, aber eben auch andere. Wahrscheinlich wurde Faust 1480 geboren. Er war also annähernd ein Zeit- und Altersgenosse Martin Luthers, der 1483 geboren wurde. In den Zeugnissen der gelehrten Zeitgenossen, etwa bei dem berühmten Spohnheimer Abt Johannes Trithemius, der selbst im Rufestand ein Nekromant und Zauberer gewesen zu sein. In diesen Zeugnissen erscheint Faust regelmäßig als ein Aufschneider und Scharlatan, der sich mit seinen Darbietungen ein zügelloses und epikuräisches Leben zu erschwindeln wusste, wie es oft heißt. Trithemius schrieb, Zitat, In jener Stadt erzählten mir Priester, er, also Faustus, habe in der Gegenwart vieler Menschen behauptet, ein so großes Wissen und Gedächtnis erlangt zu haben, dass er, also Faustus, wenn alle Werke von Plato und Aristoteles zusammen mit ihrer Philosophie gänzlich aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden wären, die er diese, wie ein zweiter Esra, durch sein Genie wiederherstellen könnte, und zwar noch eleganter als in ihrer ursprünglichen Gestalt. In diesem Zitat klingt schon ein wichtiges Leitmotiv an, dass die Historia und dann natürlich die vielen Stoffadaptationen bis hin zu Goethe aufnehmen werden. Doktor bzw. Professor Faust und die Magie des Wissens. Denn Faust erscheint von Anfang an als Zerrbild eines humanistischen Gelehrten, eines Renaissance-Menschen, der die Magie des Wissens verfällt und die Grenzen des inner- und überweltlich Erfahrbaren auszuloten sucht. Bei Goethe wird die Universitätssatire dann eine zentrale Rolle spielen. Denken wir an den berühmten Eingangsmonolog des Faust im ersten Teil der Tragödie und viele andere Szenen, die sich mit der satirischen Darstellung akademischer Diskussionsgeflogenheiten beschäftigen. Das Faustbuch selbst, also die Historia, ist dagegen weniger launige Universitätssatire als beißende Kritik an der Wissenskultur des Humanismus. Des Humanismus, dem es ja um Wiedergeburt und Wiederbelebung der klassischen Antike ging. Diese Beschwörung der alten Welt, ihrer Texte und Figuren, wie wir eben im Zitat bei Tritemius auch gesehen haben, also diese Fähigkeit, die alten Texte wieder heraufzubeschwören, kommt im Faustbuch mehrfach zum Tragen. In einer Reihe zusätzlicher Kapitel von der Ausgabe von 1589, der sogenannten Erfurter Reihe, findet sich eine weitere Episode, wie, Zitat, Dr. Faustus zu Erfurt den Homerum gelesen und die griechischen Helden seinen Zuhörern geweist und vorgestellt habe. Unter anderem hat er auch die Komödien des Plautus und Terens, also vor allem die verlorenen Komödien, herbeigezaubert, heißt es. In der Faustgeschichte kommt uns also die Kultur des deutschen und europäischen Humanismus, die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, also etwa die 1530er und 40er Jahre, in einem kritischen Zerspiegel entgegen. Dabei war die Magie, und das haben wir schon gehört, dabei war die Magie in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durchaus eine legitime Wissenschaft, eine Okkulta Philosophia, so der Titel von Agrippa von Nettesheims berühmter Abhandlung, die übrigens dem eben genannten Johannes Trithemius gewidmet war. Der schrieb in seinem mit abgedruckten Dankesbrief ahnungsvoll, Zitat, nur den Rat möchte ich euch noch geben, dass ihr das Gemeine dem Gemeinen, das Höhere aber und die Geheimnisse bloß hervorragenden Menschen und vertrauten Freunden mitteilt. Man sieht schon, dass Magie hier nicht mit Aberglauben zu verwechseln ist, also mit dem religiösen Wissen des einfachen Volkes. Das okkulte Wissen war nicht von vornherein obskures Wissen. Als weiße Magie und Philosophia naturalis versprach die okkulte Philosophie eine Erweiterung des Wissens über das Sichtbare hinaus. Noch ein Zitat aus Agrippa von Nettesheim. Die magische Wissenschaft umfasst die tiefste Betrachtung der verborgensten Dinge, das Wesen, die Macht, die Beschaffenheit, den Stoff, die Kraft und die Kenntnis der ganzen Natur. Sie lehrt uns die Verschiedenheit und die Übereinstimmung der Dinge kennen. Daraus folgen ihre wunderbaren Wirkungen, indem sie die verschiedenen Kräfte miteinander vereinigt und überall das entsprechende Untere mit den Gaben und Kräften des Oberen verbindet und vermählt. Diese Wissenschaft ist daher die absolute, die vollkommenste und höchste. Sie ist eine erhabene und heilige Philosophie. Ja, sie ist die absolute Vollendung der edelsten Philosophie. Agrippas Lehre beruhte vor allem auf den kabbalistischen Schriften des Tübinger Gelehrten und Humanisten Johannes Reuchlin, die eine Synthese aus jüdischer Mystik, antiker Philosophie und christlichem Spiritualismus anstrebten. Die wichtigsten Texte Reuchlins in diesem Zusammenhang sind die Dialoge de Verbumirifico und de Arte Kabbalistica. Trotzdem enthielt auch Agrippas Werk durchaus einen praktischen Teil, das heißt genaue Anweisungen, Zitat, wie durch gewisse natürliche Stoffe die Geisterfürsten der Welt und ihre Diener, die Dämonen, herbeizitiert werden können. Ferner erfuhr der Leser von Zaubermitteln, Salben und Liebestränken bis hin zu durchaus volksmagischen Handlungen wie Binden, Anbinden oder Anhängen. Die Abgrenzung gegenüber der schwarzen Magie hatte also vor allem bildungssoziologische Gründe. Tritemius und Agrippa gehörten als Humanisten jener Bildungselite an, die sich von den populären Scharlatanen und Pseudoakademikern à la Faust distanzierten. Um 1500 schienen sich also die Geister in Sachen Magie, hier die Experten mit humanistischer Bildung und philosophischer Esoterik und auf der anderen Seite die gleichsam wilde Volksmagie, die man nun zu disziplinieren und zu sanktionieren begann. Mit nur wenigen Jahren Abstand erschienen daher Reuchlins Traktat de Werbung Mirifico 1494 und diese Schrift, der Malleus Maleficarum, also der Hexenhammer, zuerst 1487, der Hexenhammer, eine umfangreiche Abhandlung, die das kursierende religiöse Wissen um Hexen und Zauberer, vermeintliche Magier zusammenfasste, wissenschaftlich scholastisch diskutierte und in juristische Regeln zum Umgang mit den vermeintlichen Übeltätern überführte. In dieser Rationalisierung des Volksglaubens lag die eigentliche Leistung, wenn man das mal halb ironisch sagt, die eigentliche Leistung und Sprengkraft des Traktats verborgen, der, wie wir gehört haben, zahlreiche Nachfolger, aber auch vereinzelte Gegner fand. Die Historia von Dr. Johann Fausten selbst entsteht nun auf dem Höhepunkt der Teufels- und Hexen-Debatte um 1600. Sie war Teil dieses dämonologischen Schrifttums, das jetzt auf Faust speziell bezogen zum Beispiel folgende Texte enthielt. Es ist nur eine Auswahl aus diesen dämonologischen Traktaten, die hier verarbeitet werden und die ihrerseits auch schon Faustwissen enthielten, das heißt Anekdoten, die von Faust berichtet haben. Der Aufstieg Faust zur literarischen Figur fällt damit in Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in ein Zeitalter erbitterter religiöser Auseinandersetzungen und konfessioneller Grenzziehungen. Man spricht eben dann auch von Konfessionalisierung in der Folge des Augsburger Religionsfriedens von 1555 und des Trienter Konzils. Konfessionalisierung hieß, dass die Glaubensgruppen sich nun zu konsolidieren begannen, das heißt sie entwickelten Systematiken, eine Orthodoxie, der gegenüber die falschen Positionen als heretisch gebrandmarkt wurden. Ja, und zu solchen Heretikern zählten dann eben auch die vermeintlichen Teufelsbündner und Hexen. Das ist um 1600 eine Kategorie, die häufig auf diese Gruppe angewandt wird. In diesem Klärungsprozess, also Konfessionalisierung vor 1600, taucht Faust nicht nur bei den wichtigsten Kritikern der Hexenverfolgung, bei Johann Weyer zum Beispiel, auf, sondern etwa auch hier in dieser berühmten und dann sehr volkstümlich gewordenen Sammlung, nämlich Luthers Tischreden, die der Gnesio-Lutheraner Johannes Aurifaber zusammengestellt hat, 1566, also eine der populärsten Sammlungen von Luther-Aussprüchen und Luther-Wissen. Da treibt auch Faust sein Unwesen, wie man hier sehen kann, auch der Reformator unterhält sich also über unseren Helden. Da aber, da über Tisch zu Abends eines Schwarzkünstlers Faustus genannt gedacht ward, sagt Dr. Martinus ernstlich, der Teufel gebraucht der Zäuberer-Dienst wieder mich nicht. Hätte er mir gekonnt und vermocht, Schaden zu tun, er hätte es lange getan. Er hat mich wohl oftmals schon bei dem Kopf gehabt, aber er hat mich dennoch müssen gehen lassen. Ja, also, der Teufel blitzt sozusagen ab beim Reformator, aber eben nicht bei Faust selbst. Die Faust-Forschung geht davon aus, dass der unbekannte Autor des Faust-Buchs etwa in den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts aus den verstreuten Legenden eine Vita komponiert hat, die Schemata der mittelalterlichen Legendarik und auch der neueren Biografik folgt, also eine Art von Anti-Legende. Offenbar bestand in diesen Jahren 1560 bis 1580 der Bedarf und das Interesse, eine Art dämonischer Gegenfigur zum großen Reformator zu entwerfen, dessen Lebensgeschichte, also Martin Luthers, ja in diesen Jahren auch mehrfach geschrieben wurde, zum Beispiel von Johannes Matthäus. Kein Wunder, dass der Gegenreformator Faust in der Historia wie Luther selbst Professor in Wittenberg ist. Jedenfalls wird die Historia zu einem der großen Bucherfolge des 16. Jahrhunderts. Im selben Jahr gab es noch eine Neuauflage und mehrere weitere sollten folgen, die dann zum Teil umfangreiche Bearbeitungen waren. Es gibt zum Beispiel auch einen Tübinger Reimfaust, der das Ganze in metrischer Form präsentiert. Das Büchlein fand, so Jan-Dirk Müller, reißenden Absatz, weil es ebenso viel versprach wie es verbot. Und das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung der Dialektik dieses Buches zeigen und verbieten auf einer auf der anderen Seite. Da halfen auch die zahlreichen Warnungen nicht, mit denen der anonyme Verfasser Fausts Abenteuer gewissermaßen rahmte und umstellte. Vor allem die Vorrede an den christlichen Leser versäumt nicht, Faust als kritisches, abschreckendes Beispiel, als ein schreckliches Exempel des teuflischen Betrugs hinzustellen. Und da haben Sie schon diesen Begriff des Betrugs, von dem ja die Rede war. Fromme Christen, heißt es da, aber werden sich für solchen Verführungen und Blendungen des Teufels Wissen zu hüten. Niemand solle durch diese Historien schließlich zu Fürwitz und Nachfolge Möchte gereizt werden. Denn Zauberei und Schwarzkünstlerei seien die größte und schwerste Sünde für Gott und für aller Welt. Mit dieser Sünde ist die Aufkündigung der Loyalität Gott gegenüber verbunden. In der Zauberei wendet sich der Mensch von Gott ab und ergibt sich den Götzen und Teufeln. Faust wiederholt damit die Sünde Luzifers, seine Hofffahrt und Abfall vor Gott. An Faust soll also, und das zeigt die Analyse der Vorreden recht schnell, die orthodox-lutheranische Erbsünden- und Gnadentheologie in einem abschreckenden Beispiel vorgeführt werden. Und tatsächlich findet Faust ja nicht zum Vertrauen auf die Gnade Gottes, sondern er kommt nur zu einer, zum Selbstmitleid, zur Judas-Reue, wie es dann heißt. Die warnenden Vorreden des Faustbuchs und Marginalien und Randbemerkungen, die sich dazu auffinden, zeigen jedenfalls immer wieder oder sollen zeigen, an der Existenz des Bösen ist nicht zu zweifeln, an der Wirksamkeit des Bösen ist nicht zu zweifeln. Und so geht der Autor auch dann auf Nummer sicher und lässt lieber alle Forme, Conjurationum und was sonst ärgerlich sein möchte, weg, damit also auch kein Leser das vielleicht versucht, selbst auszuprobieren. Man weiß ja nie, ob es funktioniert. Der Teufel ist also vor allem eins, und das passt hier gut in den Trend sozusagen, der Dämonologie. Der Teufel ist ein Blender, ein Betrüger, ein Illusionist. Für all das findet das Faustbuch viele Begriffe, die dem lateinischen oder französischen Begriff dann der Illusion, der Illusion entsprechen, wie Gaukelwerk, Blendwerk zum Beispiel. Lateinisch ist auch Prestigier so ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Jedenfalls zeichnet sich da schon ein Dilemma ab für den Erzähler dieses Textes, nämlich das Blendwerk des Bösen, also die Illusion, einerseits darzustellen und andererseits zu markieren und zu dementieren. Also vor Augen stellen und gleichzeitig als Illusion markieren. Wie erzählt man Illusion? Vor dieser neuen Aufgabe steht der Erzähler im Faustbuch. Ein solcher kniffliger Fall ist das Kapitel 24, das nämlich zeigt, wie Dr. Faustus in die Hölle gefahren, in die Hell gefahren ist. Und zwar auf einem beinernen Sessel, also knochenen Sessel, so ungefähr vielleicht. Ein Sessel, der auf dem Rücken des Unterteufels Beelzebub getragen wird und ringsherum ganz geschlossen ist, also etwas anders, als man hier sieht. Man muss sich also das Gefährt irgendwie wie eine Gondel oder Sänfte vorstellen, die eben ringsherum geschlossen ist. Eine Sänfte, aus der Faust jedoch unsanft im Laufe seiner Unterweltsreise herausgeschleudert wird. Das mutet so ein bisschen an wie Fantastik oder Geisterbahn. Das ist es zunächst auch. Vielleicht auch wie ein frühes Beispiel virtueller Realität, das dadurch lebt wird. Denn was wir sehen, ist in der Tat nur Illusion. Also was wir sehen und was wir erzählt bekommen und was sich dann in unserem Kopf abspielt, ist eigentlich nur Illusion. Denn das Kapitel zeigt, und das sagt der Erzähler ganz deutlich, wie ihn der Teufel verblendet und ein Affenspiel macht, das er nicht anders gemeinet, denn er sei in der Helle gewesen. Ja, also war er aber gar nicht, sondern nur in seiner Imagination. Der Leser ist bei der Lektüre also immer hin und her gerissen. Einerseits die beeindruckende Höllentour zu den Seelen der Verdammten, die abschreckende Wirkung, die aus diesen Höllenbildern natürlich hervorgehen soll. Das wird also gewissermaßen mitgenommen. Aber auf der anderen Seite dann doch das Dementi, das folgt. Und diese Höllenszenen, die entsprechen also klassischen Topiken und Stereotypen der Unterweltsdarstellung. Aber es wird explizit gesagt, Faust sieht die Hölle jetzt eigentlich, wie er sie sich in seiner Naivität vorstellt. Und er bekommt das geboten, worauf er ohnehin schon wartet. Aber insgesamt ist es eine große Täuschung. Hier zum Beispiel Donner, Ungestüm, Nebel, Schwefel, Rauch. Das gehört einfach zur Höllendarstellung dazu. Aber es wird aus protestantischer Sicht negiert. Der Haken ist nämlich für den orthodoxen Lutheraner gibt es die Hölle als einen innerweltlichen Anderort gar nicht. Luther selbst stellt das in Frage in diesem Zitat hier. Denn das ein sonderlicher Ort sein sollte, da die verdammten Seelen itztinnen seien, wie die Maler malen und die Bauchdiener predigen, das halte ich für nichts. Also Luther weist direkt schon auf die Kunst hin als eine Anregerin für solche Unterweltsvisionen, mit denen es aber eigentlich nichts auf sich hat. Alle äußeren Bilder der Hölle sind für Luther Fiktionen der Künstler, gewissermaßen religiöse Fantasie. Ja, damit scheint ein Zwiespalt auf in unserem Text. Theologisch folgt der Verfasser Luthers Deutung der Hölle. Während des Höllenritz betont dagegen eine, betont eine Marginalie bereits, es war lauter Fantasie und Traum. Der Erzähler auf der anderen Seite kann sich den Kommentar auch nicht verkneifen, immer wieder zu sagen, das war Wahn und Traum und Trug. Faust hat nämlich diese Geschichte selbst aufgeschrieben, daher auch dieser Realismus. Wir sehen also das, was Faust selber vermeintlich gesehen und dann aufgeschrieben hat. Aber hier ergibt sich jetzt eine Problematik des Erzählens gewissermaßen, indem diese Ich-Ech-Erzählung, die Faust hinterlassen hat, in eine Eher-Erzählung überführt wird, wird sie gewissermaßen auch objektiviert und bestätigt. Also Lügen kann man ja vor allem in erster Person alle fantastischen Himmelsreisen und Unterweltsreisen, wenn man an Lukian denkt oder an Bürgers Münchhausen, sind ja in der ersten Person erzählt, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, das Fantastische plausibel zu machen. Die dritte Person dagegen, die Eher-Erzählung, wirkt eher wie ein objektiver Bericht und damit ergibt sich eben diese Unschlüssigkeit, ob das gesehene Illusion oder Realität ist. Ja, wir hatten es schon gesagt, wir greifen hier eine Problematik am Faustbuch, eine Entwicklung, die sich in der frühen Neuzeit vollzieht, vom dämonologischen Schein zum ästhetischen Schein, der sich aufrichtig selbst zerstört, wie Schiller das dann später sagt. Diese Spannung oder diese Entwicklung ist natürlich keine lineare gewesen, sondern eher eine Problemkonstellation, die hier aufreißt und die dann auch um 1800, ja denken Sie an Goethes Faust II und die Beschwörung der Helena immer wieder aufbrechen wird. Und das ist eigentlich schon die Figur, mit der ich gerne abschließen würde. Hier die schöne Helena, Faust der Beschwörer des klassischen Altertums. Faust ist ja nicht immer nur ein faustischer Charakter, der mit dem Teufel um seine Seele ringt, nachdem er glücklich in die Hölle, in den Himmel und um die ganze Welt gereist ist. Zeigt der dritte Teil der Historia ab Kapitel 33 auch, was er mit seiner Nikromanzia an potentaten Höfen getan und gewirkt. Also Faust verwandelt sich hier vom Teufelsbündner, vom dämonischen Teufelsbündner aus Kuriositas in einen Unterhaltungskünstler, einen Illusionisten. Und das entspricht natürlich auch einem Sitz im Leben, den die Magie als populäre Unterhaltungskunst hatte an den Renaissancehöfen. Faust also als Illusionist. Im Zeitalter der Renaissance wünschen seine Zuschauer natürlich vor allem eins, die Geister der Antike. Der gesamte humanistische Universitätsbetrieb ist also für den Verfasser der Historia eine Brutstätte des Teufels. Das Ganze mit der antiken Rezeption ist also von Anfang an verdächtig. Diese Tendenz verfolgt dann auch die Beschwörung der schönen Helena, die der Verfasser selbst eigenständig, das heißt also ohne Vorlagen, ohne Anekdoten, selbst erfunden hat. Kapitel 49. Dass sie am Weißen Sonntag, also am Sonntag nach Ostern, erfolgt, belegt den blasphemischen Charakter dieser Episode. Während an diesem Fest das Eingangsgebet der Messe an die Reinheit der in Christus Wiedergeborenen erinnert, bereitet sich Faust auf einen Einstieg ins epikuräische Leben vor. Innerhalb der Historia folgt diese Erzählung auf mehrere Fastnachtspossen, also Fastnachtserzählungen und Schwenke. Die Szene spielt in Faust die Behausung zum Nachtessen, wo sich die Studenten zum Privatissime beim Professor versammeln. Die Liebe der Studierenden zur Antike ist aber alles andere als ein Wohlgefallen ohne alles Interesse, wie Kant ja das ästhetische Urteil definiert. Also Wohlgefallen ohne alles Interesse, davon kann keine Rede sein. Man wünscht sich die schöne Gestalt der Königin Helene Menelaie Hausfrau. Der Professor stimmt zu, mahnt zum Schweigen, kehrt zugleich mit der gewünschten Person, also Helena, wieder, sodass die Studenten, wie es heißt, nicht wussten, ob sie bei ihnen selbst wären oder nicht. So verwirret und inbrünstig waren sie. Der Text beschwört nun diese Figur folgendermaßen. Diese Helena erschien in einem köstlichen schwarzen Purpurkleid. Ihr Haar hat sie herabhängend, das schön, herrlich, als Goldfarb erschien, schiene auch so lang, dass es ihr bis in die Kniebeugen hinabginge. Mit schönem, kohlschwarzen Augen, ein lieblich Angesicht mit einem runden Köpflein, ihre Läfzen, also Lippen, rot wie Kirschen, mit einem kleinen Mündlein, einen Hals, ein weißer Schwan, rote Becklin wie ein Röslin, ein überaus schön gleißend Angesicht, ein länglichste, aufgerichtete, gerade Person. Ja, es handelt sich um diese vielleicht literarischste Stelle der Fausthistoria, um eine schulgerechte Beschreibung vollkommener weiblicher Schönheit, wie man sie aus den Rhetoriken, Poetiken seit dem Mittelalter kennt. Zugleich aber denkt man an Darstellungen des Wittenberger Malers und Luther Intimus Lukas Kranach, wie ich sie auf der Folie eben gezeigt habe. Also es ist nur eine Darstellung dieses Frauentypus, den man bei Kranach eben sehr häufig findet. Helena, also nicht nur ein Phantasma, sondern vielleicht ein konkreter Hinweis auf eine bestimmte Maltradition hier im Umfeld der 1530er Jahre. Jedenfalls Helena geht durch den Raum mit frechem und bübischem Gesicht, heißt es da, sodass die Studenten gegen ihr in Liebe entzündet waren. Ja, einmal mehr wird also klar, die Antike ist Teufelszeug, das nur die Jugend die Studierenden verderben soll. Dazu passt auch, dass Faust in einer späteren Episode die Helena zu einem Schlafweib bei sich behielt und mit ihr einen Sohn zeugt, der dann allerdings nach Fausts Ableben auch wieder verschwindet, sich verflüchtigt. Mit der Beschwörung der Helena ist diese Episode jedoch kurioserweise nicht zu Ende und hier kommt noch einmal der Bogen zur Malerei und zur Kunst, zur ästhetischen Illusion. Die Studenten bedrängen Faust, er solle Helena am nächsten Morgen noch einmal beschwören, so wollten sie einen Maler mit sich bringen und der solle sie abkonterfeihen. Faust lehnt jedoch ab mit dem Vorwand, er könne Helena nicht jederzeit beliebig beschwören. Faust ward also gewissermaßen die Urheberrechte an seiner Fiktion und das Recht ihrer technischen Reproduktion. Er wollte ihnen aber ein Konterfei davon zukommen lassen, also ein von ihm autorisiertes Konterfei, welches dann auch geschah und die Maler hernach weit hin und wieder schickten, denn es war ein sehr herrlich Gestalt eines Weibsbilds. Wer aber solches Gemälde im Faustdor abgerissen, hat man nicht erfahren können. Ja, möglicherweise war es eben Lukas Kranach oder ein Maler aus seiner berühmten Werkstatt in Wittenberg. Man kann diese merkwürdige Schlusswendung also als einen Beitrag zur Bildkritik, zur protestantischen Bildskepsis lesen, als Warnung vor dem sinnlichen Potenzial des Bildes und Kritik an zeitgenössischen Reproduktionstechniken, also vor allem in der Druckgrafik, die eine Verbreitung erotischer Darstellungen gewissermaßen für die stille Kammer als Pin-up ermöglichte. In jedem Fall ist die Kunst des Teufels. Mit ihrer Fähigkeit, das täuschend ähnliche Bild zu produzieren, setzt sie das Werk der dämonischen Illusion mit künstlerischen Mitteln fort. Gleichzeitig dürften wohl zeitgenössische Zaubertechniken im Hintergrund stehen, wie sie die Magia Naturalis zu Unterhaltungszwecken vermittelte. Noch war die Projektionskunst mit der Laterna Magica nicht erfunden, das ist erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts passiert, aber sehr wohl kannte man Techniken, lebende Personen scheinbar mit Hilfe von Spiegeln oder illusionistisch mit Hilfe von Spiegeln zu beschwören. Fast gleichzeitig zur Historia stellte Giambattista della Porta 1589 solche Spiegeltricks, solche katoptrischen Tricks im 17. Kapitel oder Buch seiner 20 Bücher über die natürliche Magie vor, das dann 1680 auch ins Deutsche übersetzt wurde. Dies zeigt, um 1600 war das Thema Illusion zu einer ambivalenten Reflexionsfigur geworden, an der sich die dämonischen Energien der Kunst, aber auch die ästhetischen Reize des Dämonischen kristallisierten, kurzum eine andere Ästhetik der Illusion.